Hallo liebe Tainacher Freunde, ich bin Chris von Kokomo und heute zeige ich euch mit der Genusslimonade Pink Grapefruit einen schönen Cocktail. Dann benötigt ihr einen Shaker mit 2-3 Eiswürfeln, 4cl Tequila, eine Scheibe Grapefruit hinzugeben, ebenso 4cl Guamensaft. Das Ganze kräftig durchshaken. Ihr merkt, wenn ihr fertig seid, wenn der Shaker eiskalt wird. Wir reiben das Glas etwas mit der Grapefruit ein und tunken es in schwarzes Meersalz. Rosmarin leicht erhitzen, somit entfaltet sich das Aroma des Rosmarins deutlicher. Ins Glas hineingeben, den kompletten Inhalt des Shakers inklusive Grapefruit, dann eine Chilischote leicht anschneiden, ebenso in das Glas geben, mit Crash-Eis auffüllen und die Pink Grapefruit Limo drüber gießen. Leicht vermengen und dann noch ein bisschen mit Liebe zu Ende dekorieren. Ich benutze gerne Chilifäden, die gut dazu passen und dann einfach nur genießen. Cheers!